Es müsste auch ein Bild kommen. Habt ihr jetzt auch wieder ein laufendes Bild? Das ist super, dann wollen wir mal. Hier war das WASD zum Larven. Das Scratchen und Climb, Click and Drag to Interact. Ja. Press any key. Hey, Sweetie, did you finish your drink already? Oops. It might break. Sorry, Mama. Now it'll only be a minute. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. Let's see. There and there. Oh Gott, diese... Kennt ihr noch diese alten Tapeten? Die 70er? Oh, look at you. You're so adorable in your tiny footed pajamas. Na ja. Wenn du das hast, Mama. Happy Birthday, Sweetie. Wow, two years today. Oops. Wie kann man dem zweijährigen so ne Torte lassen? I think I know a little someone who's ready for some cake. Chugga-chugga-chugga-chugga-chugga-choo-choo-choo. Here it comes. Through the tunnel. Choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo. There is a fire in the sky. Hello? What are you doing there? Oh wow. It's dying. No. 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 Hey you. Schau, was ich gefunden habe. Ich wundere, was es ist. Warum gehen wir nach oben und finden es? Oh mein Gott, wie viel Kuchen hast du mir nicht gegeben? Ja. Übrigens, du hast die Kerzen brennen lassen. Die Kerzen brennen noch. Was? Krillbyte Studio. Wow. In diesem Sinne auch nochmal Danke ans Studio für den Schlüssel. Ja. Was ist dann wieder? Presents. Okay. Morgen des Lieds. Also man könnte auch meinen, wir sind den Boogie nennen, oder? Hallo. Meine Güte, was denn man... Sie hat aber auch ein Faible für rot, wa? Oh Gott, wie viele Zimmer haben wir denn hier? Hier sind wir. Hm, jetzt schauen wir, was drin ist. Vielleicht ist es ein neues Spiel. Möglich? Ich hab auch keinen Kuchen. Ja, komm, sitz. Ei. Und Tür zu. Welche Mami macht denn bitte die Tür zu bei ihrem Krümel? Hallo? Was haben wir denn hier Schönes? Äh, äh, äh. Hallo? Ein Ball. Ja, Spiel mit dem Ball. Super. Kommen wir hier hoch? Nein, da kommen wir nicht hoch. Müssen wir noch irgendwas hier wegziehen? Ja, ich glaube, du musst da hin. Use left control to crow. Wow. Haha. Hallo. Und nü? Achso, wir wollen ja hier raus, ne? Wie komme ich jetzt hier... Ich glaube, einmal... Ja. Space to climb. Äh? Komm ich hier raus? Huh? Wie hat das? Hallo? What left mouse to move the mouse to open drawers? Okay. Hallo? Ah, nö, nö, nö. Mal auf. Oh, super. Ne, das ist zu weit, oder? Kommen wir da drauf? Nö. Hallo? Hey. Ja, wo ist denn du? Ist alle? Äh, alle. Alles gut. Ist ja leer. Hm. Kann ich dich bedienen? Tschüss. Shit. Da haben wir ein Buch. Damit können wir, glaube ich, gerade nichts anfangen. Oh, ich seh ihn. Ich seh dich. Ich seh dich. Hallo. Hey, du hast mich gefunden. Mein Name ist Teddy. Schön, dich zu treffen. Hey, was ist dein Name? Nicht so viel von einem Sprecher, oder? Nee. Ja, gerne, komm. Oh, guck mal. Dezentu hier trüge. I know. Ich will hide the pink elephant, while you're not looking. Okay, hide the pink elephant. Come here. Turn around and cover your eyes. Am I here? Escape to cover your eyes. Okay. Super. There. You can look now. There you can look now. Ja. Das, äh... Könnt ihr den rosanen Elefanten sehen? Ich seh den überhaupt nicht. Der ist so gut versteckt. Meine Güte, ist das schwer. Den werde ich niemals finden. Hallo. Juhu. Ja, wo ist er denn? Ja, da kommen wir auf keinen Fall dran. Ja, wo ist er denn? Huch! Da ist er. Ja, die wird wohl arbeiten. Zack. Ja, ist es, ne? Und nü? Was guckst du mich jetzt so an? Und nü? Was machst du jetzt? Du hast Löcher am Kopf. Dafür, dass du, äh... What's this? Five thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. Ja, das ist doch schön, dass du mir was vorliest. Und nü, Teddy. Was machen wir, ne? Oh! Oh, jetzt spielen wir wieder Choo-Choo. Soll ich draufdrücken? Soll ich draufdrücken? Ja. Wie startest du es? Hey, pick me up and carry me on your back. I want to show you something. Pick me up. Komm mal her. We need some place very dark. How about your closet? Nee, wir gehen jetzt nicht auf die Toilette. To push up jetzt. Okay. Na? Muss ich vielleicht... So, drücken. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Ein kleines, starkes Baby. So. Und da soll ich jetzt reingehen, ja? Als kleiner Krümel. Es muss es schmerz sein. Schau die Türen komplett. Gut. Wie sieht denn mein Kleiderschrank von innen aus? Ja, und wie mach ich das? Ach, F. Schön. Teddy knuddeln. Wo geht's denn hier lang? Hallo? Alter. Was ist das hier? Raum der Kleidersch... I don't think we're supposed to be here. We must be careful. I don't like this. Ja, ich like das auch nicht. Die Lampe ist im Eimer. Guckt euch das an. Wer jagt denn bitte ein kleines Kind durch so einen Raum? Was soll denn das? Ja, ich höre das. Hallo? Ja, Mami. Übrigens, Closet ist ja Kleiderschrank, ne? Ja, das ist ein wirklich seltsamer Kleiderschrank. Und jetzt ist es Zeit für den Bett. Wenn du jetzt schlappst, kannst du morgen früh aufwärtsammerig und spielen mit deinem Freund all day mit deinem Freund. Nicht gut. Jeder kleine Junge und Frau sind jetzt schlappst, all über die Welt. Und sie warten nur für dich. Wir sollten nicht sie halten. Gute Nacht, hon. Die Musik ist ein bisschen gruselig.